Fukushima, der arabische Frühling und die Euro- und Finanzkrise. Das Jahr 2011 war geprägt durch unvorhergesehene Ereignisse und große Umbrüche. Das hat auch uns bei der Campag vor große Herausforderungen gestellt, aber auch eine enorme Dynamik erzeugt. Über den Campag Newsletter erreichen wir mittlerweile schon über 500.000 Menschen. Sie werden nicht nur im Netz aktiv, sondern auch auf der Straße. Wenn ein Skandal, eine Krise oder eine Katastrophe die Menschen bewegt, dann öffnet sich häufig auch ein Fenster für Veränderung. Dann gilt es schnell zu sein und mit breit getragenem Protest für Druck zu sorgen. Zwei Tage nachdem im letzten Juni die skandalöse Lieferung von 200 Panzern nach Saudi-Arabien bekannt wurde, starteten wir eine Aktion und 100.000 Menschen stellten sich mit einem Eilappell hinter uns. Nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima organisierten wir als Teil eines großen Bündnisses vier Großdemonstrationen in Hamburg, Berlin, Köln und München. 250.000 Menschen gingen auf die Straße und forderten Atomkraft abschalten. Campag schmiedet immer wieder mit verschiedenen gesellschaftlichen Organisationen schlagkräftige Bündnisse. Nach dem beeindruckenden Erfolg der Occupy-Bewegung gelang es uns, zusammen mit Attac verschiedene Organisationen hinter dem Motto Banken in die Schranken zu versammeln. Am 12. November kamen in Frankfurt und Berlin insgesamt 18.000 Menschen zusammen. Dieses Jahr konnten wir gleich mehrere Erfolge feiern. Im Frühjahr verhinderten wir, dass der Bundesrat Gentechnik im Saatgut erlaubt. Und im Mai sorgten wir gemeinsam mit Lobbykontroll dafür, dass die Abgeordneten im Bundestag ihre Nebeneinkünfte nicht vertuschen können. Im Sommer machten wir mit mehreren Aktionen die skandalösen Details des Steuerabkommens mit der Schweiz öffentlich. Unser Druck trug mit dazu bei, dass sich die SPD und grün geführten Bundesländer gegen das Abkommen stellten. Die Beispiele aus dem zurückliegenden Jahr zeigen, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Über 8.000 Menschen unterstützen mittlerweile CAMPEG mit einem regelmäßigen Beitrag. Um finanziell noch unabhängiger und schlagkräftiger zu werden, würden wir gerne ins neue Jahr mit 10.000 Förderern im Rücken starten. Sind Sie mit dabei? Unterstützen Sie CAMPEG mit Ihrer Fördermitgliedschaft!